Ich bin übrigens maßlos verwirrt, denn ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich dieses Video bereits gedreht habe. Aber ich finde weder das Video, noch das Video auf YouTube. Deswegen muss ich den Gegebenheiten einfach glauben und euch nochmal dieses Video abdrehen, aber diesmal mit noch mehr Information. Hi Friends! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen... zweiten Video. Es ist sehr verwirrend für mich, aber ihr habt es euch gewünscht und ich habe eurem Wunsch sofort Folge geleistet und sämtliche Produkte, die ich finden konnte, von L'Oreal Age Perfect gekauft. Denn es hat mich so ein bisschen verwirrt, ich habe euch nämlich mein Jahresfavoriten-Video gezeigt. Und in diesem Video war diese Foundation mit drin und ich habe Kommentare bekommen, hä, ich habe die noch nie gesehen. Und ich dachte mir, doch, ich habe sie euch doch gezeigt. Sie ist nicht da. Aber ich bin jetzt hier. Wir machen das Ganze nochmal. Und zwar diesmal mit wirklich ein paar Produkten von Age Perfect. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wundert euch nicht, ich drehe gerade so ein paar Videos vor. Ich bin noch so ganz, ganz leicht erkältet. Wir haben die Produkte von Age Perfect und ich habe nichts herausgefunden, wo die Marke hingegangen ist, wo die Produkte hingegangen sind. Ich habe viele Produkte online gefunden. Ab und zu findet man auch nochmal das ein oder andere Produkt bei DM oder Rossmann in einer Extratheke. Ich weiß aber, dass sie teilweise aus den Filialen rausgehen. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich online finde, einmal unten in der Infobox, weil ich der Meinung bin, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiges, eine ganz wichtige Nische an Produkten ist. Und wir starten direkt hiermit. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Produkt. Das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, euch gezeigt und war maßlos begeistert davon. Ich liebe, liebe, liebe diese Balm Foundation von L'Oreal. Hier gibt es aber das Age Perfect BB Cover und das ist noch besser. Und das ist unglaublich. Das soll eine BB Cream sein mit Lichtschutzfaktor 50 und soll Fältchen kaschieren und die Haut pflegen und Pigmentflecken kaschieren. Ohne Masken-Effekt. Ich habe die in der Farbe Light Beige 02 und habe sie bestimmt schon zur Hälfte jetzt aufgebraucht. Ich, wie gesagt, irgendwo muss dieses Video sein. Ich weiß nur nicht wo. Diese Foundation ist meiner Meinung nach die beste Drogerie-Foundation des Jahres gewesen. Weshalb sie auch in meinem Jahresfavoriten-Video mit drin war. Oder in meinem zweiten Jahresfavoriten-Video. Oder in meinem, diese Produkte werden völlig unterschätzt-Video. Ich habe sie euch schon so oft gezeigt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich da schon mehrere Male sehr in die Tiefe darüber gesprochen habe. Oder in die Tiefe, in der Tiefe darüber gesprochen habe. Diese Foundation lässt sich so schnell einarbeiten, hat so eine immens hohe Deckkraft, hält unglaublich lange, ohne dass du Puder brauchst und sieht einfach nur unglaublich schön aus. Und es ist so, so schwierig jetzt für mich nochmal alles zusammenzufassen, weil ich damals, als ich das Video gedreht habe, ganz schockiert über diese Foundation, weil ich habe sie damals das erste Mal getestet. Habe mich sofort in diese Foundation verliebt. Denn, ihr seht es, ich habe nichts mehr Neues aufgenommen und ich habe trotzdem noch Produkt dran. Die Deckkraft ist gut. Die Textur ist sehr, 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 sehr leicht. Sie ist schon fast, erinnert ihr euch an diese Serum Foundation von L'Oreal. L'Oreal, die gibt es ja noch. Ich würde sie fast als, da kann ich Dupe sagen, also sie ist einfach nur in einer anderen Verpackung. Aber ich finde, dass sie deutlich, deutlich länger hält. Und der Vorteil ist, und das ist, und ich muss da jetzt ausholen, während ich die Foundation einarbeite. L'Oreal Age Perfect ist von der Zielgruppe her, glaube ich, sehr, sehr klein gewesen. Denn ich glaube, dass viele sich gefreut haben, dass L'Oreal eine Reihe für Age Perfect rausgebracht hat, für Best-Ager-Personen. Aber ich glaube, dass es dem nicht ganz so gerecht wurde, weil es einfach recht wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich bin jetzt 28, ich liebe diese Foundation. Und zwar, weil sie genau, ach, eine Foundation, die für eine reifere Haut gemacht wurde, hat ganz, 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 ganz andere Benchmarks, die sie erfüllen muss, damit sie gut funktioniert. Sie darf nicht zu schwer sein, denn je mehr Pigment in einer Foundation ist, desto schneller rutscht sie in Fältchen rein. Je dicker eine Foundation ist, desto schneller betont sie Fältchen. Ich habe keine Falten im Gesicht, aber ich habe hier unterm Auge so ein paar Fältchen. Ich habe hier, ich bewege mich, ich kriege so Smile Lines oder so. Die Foundation legt sich auf die Haut wie ein Film, der sich gut mit der Haut verbindet und unglaublich viel Feuchtigkeit spendet. Viele reifere Häute haben eine sehr trockene Haut und diese Foundation macht alles zusammen genial. Sie ist ähnlich wie das Balsam, was ich euch bereits gezeigt habe, nur deutlich, deutlich deckender. Also wenn ihr eine sehr deckende Foundation sucht, die trotzdem Feuchtigkeit spendet, die meisten hochdeckenden Foundations sind immer sehr, sehr matt, sehr, sehr austrocknend. Trotzdem hohes Pigment hat, ist das die richtige Foundation. Ich habe die, glaube ich, bei Douglas gefunden. Die sind nicht teuer, die Sachen, gerade weil sie halt auch so ein bisschen im Ausverkauf sind. Großartig. Es gibt aber auch nicht mehr so viele Produkte aus der Age Perfect Reihe, was mich unglaublich traurig macht. Ich hatte Mamakou gefragt, ob sie ein paar Informationen hat. Sie hat leider keine Informationen dazu bekommen, wo die Produkte hingehen und warum sie weggehen. Ich liebe die Produkte und sie sind unglaublich gut. Deswegen bin ich traurig, dass die Produkte rausgehen. Ich habe zwei verschiedene Blushes. Einen Blush kennt ihr schon, den habe ich schon eine ganze Weile. Den habe ich mir einfach mal gekauft, weil ich den so hübsch fand. Ich habe den auch damals in dem Video getragen, aber ich habe eine andere Farbe gehabt, die mir deutlich, deutlich besser gefällt. Und das ist die Farbe 106 Amber. Das ist ein sehr, sehr dunkler Ton. Der aber gut pigmentiert ist. Im Swatch performt der gar nicht so gut. Aber der Vorteil ist, ich sehe das bei meiner Tante oft, die das macht, dass sie anstatt Bronzer und Blush nimmt sie einfach so einen dunkleren Ton, der ein bisschen kühler ist und geht dann damit einfach rüber. Ich finde, das ist der Schöne an dieser Age Perfect Reihe, dass du so ein bisschen wahlloser arbeiten kannst. Ich glaube, früher wurde das oft gemacht, dass man einfach mit Blush so ein bisschen konturiert hat und einfach ein bisschen mehr aufgetragen hat. Und ihr seht das sofort. Hier ist ein ganz feiner, goldener Schimmer mit drin, den du aber kaum wahrnimmst. Die Farbe ist so, die geht schon fast in diese Terracotta Richtung, womit du perfekt bronzen kannst. Und du siehst direkt den Unterschied. Du hast ein bisschen Wärme im Gesicht. Du hast aber auch diese Kühle von diesem Terracotta Ton mit drin. Und was ich gut finde ist, bei dieser Age Perfect Reihe, dass du wenig Produkte brauchst, um viel Effekt zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Also das geht mir ja schon so ein bisschen seit, ja, das ganze Jahr jetzt bereits so, dass ich gerne einfach weniger Schichten benutze. Ich probiere erstmal den Bereich, den ich mit der Foundation hier habe, vielleicht schon mit dem Blush zu fixieren. Dass ich nicht noch eine Concealer-Schicht und noch eine Puder-Schicht mit drauf habe. Je weniger Schichten du auf deiner Haut hast, desto besser ist es für texturierte Haut. Ich rede jetzt nicht nur von reifer Haut mit den ersten Fältchen vielleicht, sondern generell von texturierter Haut. Ich habe hier ab und zu so ein paar Unterlagerungen im Bad. Das zähle ich auch mit zu Textur. Ich habe eine gute Textur, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du eine texturiertere Haut hast, ist es vorteilhafter, wenn du weniger Schichten benutzt, weil sich dadurch nicht einfach so viele Schichten auf diese Stellen legen und diese Textur erhöhen. Ich habe jetzt weder Bronzer noch Facepowder an dieser Stelle benutzt und habe bereits ein Make-up, wo ich sagen würde, genial, damit könnte ich gehen. Ich gehe jetzt auch hier gleich schon mal so ein bisschen über meine Augen an der Schläfe lang. Du kannst so ein bisschen an der Stirn lang gehen, weil die Farbe dafür einfach perfekt ist. Sie ist nicht zu stark pigmentiert, sodass du nicht so viele Probleme damit hast. Es gibt noch ein Puder. Auch das gibt es, glaube ich, noch in der Drogerie. Das ist ganz spannend. Ich habe ja jetzt die Base mit der BB Cover Cream aufgetragen. Das Age Perfect Collagen AA Fractions Serum Powder ist auch nochmal ganz spannend. Ich finde den Begriff Serum Powder ein bisschen schwierig, weil es nicht ganz so eindeutig ist, was das jetzt sagt. Es soll die Haut ein bisschen weicher zeichnen und Fältchen über die Zeit hinweg reduzieren. Mit sowas wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe das Produkt nicht entwickelt. Hier ist ein Schimmer mit drin. Der Vorteil ist, und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass viele Angst haben, Schimmer zu benutzen, dass sie denken, dass die Fältchen vielleicht betont werden. Es gibt einen ganz schmalen Grat, der aber sehr vorteilhaft sein kann, wenn man texturiertere Haut hat. Hier ist ein Schimmer mit drin, der ist recht schmal. Du hast ein paar größere Stellen mit drin. Wenn ihr meine Stirn einmal anschaut, dann seht ihr, wie weich gezeichnet die Haut aussieht. Das ist nicht nur die Kombination aus der BB Cream, sondern auch aus dem Puder. Denn so ein ganz leichter Schimmereffekt sorgt dafür, dass das Licht anders zurückreflektiert wird und das Gesamtbild der Haut einfach weicher aussieht. Ich finde, dass es sich sehr, sehr gut mit der Foundation verträgt. Ich finde aber auch, dass es sich generell sehr gut mit vielen anderen Produkten verhält. Ich gehe nochmal ganz leicht hier unter meinen Augen lang. Ich trage auch heute kein Concealer auf. Ich finde, das brauche ich heute gar nicht. Ich nehme ein ganz kleines bisschen von dem Puder, setze mir das hier unter die Augen und habe eine perfekte Base mit drei Produkten, ohne dass meine Haut sich beschwert anfühlt. Der Vorteil der Kombination ist, dass sie natürlich auch sehr, sehr gut hält. Je weniger Produkte du im Gesicht hast, desto weniger kann auch schief gehen. Ich finde, wir sollten uns alle so ein bisschen was davon abschneiden, von den Techniken von Make-up Artists, die sich sehr auf reifere Haut fokussiert hat. Wenn ihr wollt, dann suche ich nochmal so ein paar weitere Produkte raus, die man gut für reife Haut benutzen kann. Ich kann da aber natürlich nur von meinen Erfahrungen in Gesprächen mit anderen Leuten drüber berichten oder mit meinem Wissen und das Übertragen auf reifere Haut. Ich kann natürlich nicht sagen, nur weil es bei mir gut sieht, sieht es auch bei dir gut aus. Ich habe einfach eine andere Haut als jemand vielleicht mit 60, 70, 80. Das ist aber völlig in Ordnung und alle machen ihre eigenen Erfahrungen. Für mich kann ich, ich kann euch nur anbieten, das so ein bisschen zu machen. Nehmen wir mir jetzt einen kleinen Pinsel und gehe trotzdem nochmal hier mit rein, weil dieses Produkt auch von der Farbe her so divers einzusetzen ist, dass ich es hier einfach auf meine Lidfalte gebe. Auch hier kommt so ein bisschen das Warme durch, aber trotzdem auch dieser kalte Teil des Produktes. Und du hast diesen ganz zarten, romantischen Schein. Ich finde, das war ja dieses Jahr auch so bei mir ein sehr, sehr, sehr großer Punkt, dass ich einfach meinen Fokus auf meine Haut gelegt habe, weniger auf meinen Lidschatten oder auf meine Lippen. Ich habe aber noch was für meine Lippen. Und da war ich damals so ein bisschen schockiert. Ich habe einen Lip Liner gefunden, den ich gar nicht verstanden habe. Was jetzt ganz gut ist, dass dieses Video jetzt irgendwie verschwunden ist, ist dieser Lip Liner. Das ist die Farbe 687 Bright Mocker. Der ist komplett eingetrocknet, obwohl die Kappe drauf war. Und hier war Glitzer drin. Das finde ich ein bisschen schwierig. Das Produkt habe ich nicht verstanden. Ich glaube, da kommt nichts mehr raus. Hier waren Glitzerpartikel drin. Goldene Glitzerpartikel. Sehr, 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 sehr groß. Und wenn ich davon ausgehe, dass eine Age Perfect Reihe für reifere Haut ist, die vielleicht schon so kleine Plissé-Fältchen hier hat oder so diese, ich glaube, die heißen so Zigarettenfältchen oder so, also hier über den Lippen. Und du dann da so groben, groben Schimmer hingibst. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ebenso wie einer der beiden Lippenstifter. Ich habe ihn einmal in der 638. Ich glaube, der war passend zu dem Lippenstift. Der hat so einen Pflegekern mit drin. Auch sehr, 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 sehr schimmernd. Aber ein unglaublich schöner Braunton. Oder hat mir der gefallen. Auf der anderen Seite die 113 Blazing Rose. Ein sehr schöner. Ebenfalls mit diesem Pflegekern. Beide unglaublich schön. Ich gehe heute trotzdem nochmal mit diesem Ton hier. Ich kann mich an den jetzt nicht mehr so gut erinnern. Ne, ich gehe mit dem anderen. Das war mir zu hell damals, glaube ich. Der war sehr, sehr laut. War nicht so meins. Dieser Mockerton. Kann ich sie auch gut miteinander mischen. Hat eine ganz besondere Textur. Dieser Pflegekern ist wirklich, wirklich gut. Ich finde, dass er in viel, viel mehr Lippenstiften mit drin sein sollte. Weil die einfach ganz besonders, die Lippen, die geben der nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit und polstern sie so ein bisschen auf. Du hast auch hier so einen ganz leichten Schimmer mit drin. Aber wenn ich so ein bisschen abbeiße, dann bleibt nur noch so ein Hauch an Farbe zurück. So ein Hauchschimmer. Du kannst dann Gloss drüber geben. Aber diese Farbe ist halt auch sehr schmeichelhaft. Gerade in Kombination mit diesem Blushton. Gerade in Kombination, wenn ich ihn auch so ein bisschen auf die Augen gegeben habe, hast du einen sehr reduzierten, erwachsenen Look. Es gibt auch diese Monocreme Lidschatten. Ich habe hier die Farbe Vibrant Beige. Die sind sehr, 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 sehr schimmernd. Ich hätte mir die vielleicht in Matten Shades gewünscht. Auch in so, so erdigen, romantischen Farben. Diese schimmernde finde ich so ein bisschen schwierig, wenn man es sehr grobflächig aufträgt. Der hält sehr, sehr gut. Der trocknet auch gut runter. Als Inner Corner Highlight vielleicht. So ein bisschen als Lidschatten Base für schöne Schimmertöne. Großartig. Grobflächig auf das komplette Augendid würde ich dir nicht geben. Als Inner Corner Highlight sehr, sehr gut. Was ich nicht ganz verstanden habe, war so ein Icy Blau, was es gab von Age Perfect. Ist ehrlich gesagt gar nicht so meine Farbe gewesen. Fand ich auch nicht so passend. Aber macht jetzt nicht so viel Sinn darüber zu sprechen, weil es einfach diese Produkte kaum noch gibt. Blushes, Lippenstifte und BB Cream findet man wirklich noch wie Sand am Meer im Internet. Ich suche euch die Produkte einmal raus. Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, dass irgendjemand, der was weiß, mir ein paar Informationen dazu gibt. Denn wir haben nicht nur unglaublich schöne Produkte, die gut performen, sondern eine tolle Qualität, die du merkst, den Unterschied zu anderen Produkten. Die Texturen sind leichter. Ich habe hier keine Probleme, dass das Produkt irgendwie in Fältchen oder in Poren gerutscht ist. Es sieht weich aus, es ist vorteilhaft, es ist sehr erwachsen und das Packaging war unglaublich schön. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr zu den Produkten aus der Age Perfect Reihe sagt. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit gemacht. Vielleicht wisst ihr, was mit der Marke passiert ist. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.